Wenn du sagst, dass ich lüge, würde ich erstmal gerne bewiesen bekommen von dir, dass das eben so ist. Würde ich gerne wissen, wie du beweisen möchtest, dass ich gelogen habe. Du unterstellst anderen Menschen in diesem Moment, in diesem Zusammenhang, dass sie lügen, dass sie damit eine Unwahrheit sagen, dass sie damit quasi eben einen sozialen Fauxpas begehen und auf die Art und Weise willst du dich selber wieder in den Vordergrund drängen.